es ist kalt es ist richtig kalt es gab heute frost ja wir werden heute mal eine richtig richtig aufwändige aktion machen bei einem super wetter ganzen tag sonne werden wir noch mal erifizieren mit voll spoons der boden ist jetzt so gerade eben aufgetaut es ist jetzt halb zwei hier ist immer noch ein bisschen rauchreif ein bisschen frost aber ich muss jetzt loslegen sonst schaffe ich das im licht nicht mehr soll halt richtig richtig gut sein weil dadurch der frost tiefe den boden eindringt unten den boden aufbricht und mehr luft in den boden rein bringt luft im boden ist das a und o ihr habt gehört in dem video hier und deswegen noch mal diese wilde aktion jetzt im dezember am 20 dezember an sind morgen morgen werden die morgen ist der kürzeste tag des jahres 21 dezember dann werden die tage wieder länger dann geht es wieder bergauf freaks die neue saison startet quasi jetzt ja geht 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 ja 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 Das war's. So, lieber Rachenfix, das sind jetzt die letzten Meter mit dieser Höhlenmaschine. Das Ding ist einfach viel zu laut und viel zu langsam, ich werd das verkaufen, ich brauch was Neueres. Schneller, leiser und einfacher zu manövrieren, wenn ihr vielleicht irgendeinen heißen Tipp für mich habt, was ein guter, moderner, leiser, schneller, aerifizierer ist, schreibt's gerne in die Kommentare, mir tun die Nachbarn echt tierisch leid. Ich hab's angekündigt vorher, aber trotzdem tut's mir leid, zwei Stunden Dauerlärm, das geht gar nicht. Zwei Stunden hab ich jetzt gebraucht, ziemlich genau, das geht gar nicht. Da hab ich was anderes einfallen lassen, so gut diese Methode ist, für private Gärten ist das nichts, das macht die Nachbarn nur wahnsinnig. Okay, danke fürs Zuschauen und wenn ihr Spaß habt, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Radenfreak sagt Tschüssi, aber ich bin ganz schön alle. Ah! correspond uns im Blickin bei der Kirchen